Hi Leute und willkommen zurück zu Octopass Travella 2. Wir haben im letzten Park gesehen, wie Patricio und sein Vater diese Stadt aufgebaut haben, zum guten Wohlstand gebracht haben auch und jetzt eigentlich vor dem Ausstehen, weil in der Klausel drin steht, der Eigentümer kann uns einfach wieder zurückkaufen. Wahrscheinlich zum gleichen Preis und dann haben sie im Grunde nicht mehr viel über und die Mini gehört ihnen dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Dann konnten sich natürlich die Arbeit halt nicht leisten und ja gut, jetzt sind sie pleite. So, wo will ich eigentlich hin? So, hi. Wir ziehen für Pepe. Das ist übrigens Mark wert. Gut, ich verkaufe. Ah, Patricio, wie geht das deinem Vater? Oh, nicht so gut. Nein Junior, schau hin und wieder mal für eine Mahlzeit vorbei, ja? So, wie geht das denn? Wie geht das denn, Freunde? 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 Hast du ein Job für mich? Ein Job? Entschuldigung, ich will dich hire, aber ich habe keine Aufmerksamkeit. Es ist schwierig zu leben mit diesem Holzminegelchen. Die Landowners'n zu bewältigen uns die Drei. Was soll wir tun? Harry, das ist meine Krust. Gib sie zurück. Hör auf. Ich nehme es. Ich habe auch die Mälte. Das ist genug. Hier, ich spiel meine Brühe. Es ist nicht viel, aber es wird dich überlassen. Boss, ich... Verdammt. Entschuldigung, Harry. Entschuldigung, Nicky. Es ist meine Schuld, dass du dich verletzt hast. Wenn ich nur Dinge besser konnte, wenn ich nur für dich aussehen konnte. Ich habe nie gedacht, dass du dich endest so bist. Ich wusste gar nicht, wie eine Krustelung es war. Oder wie viel Schmerz kann es bringen. Oh, das ist ja schon wieder. Ich bin ein Pony von den Leeren, Bucko. Giff, als ob heute nicht mehr so schlecht war. Wunderschön für dich, die Toadie zu dem Leech von Landowner. Die wichtigste Sache in der Leben ist, zu wissen, welche Seite zu nehmen, Bucko. Du hast nicht vergessen, dass der Kontrakt von 16 Jahren zurückgekehrt, hast du? A merchant wie du sollte die Macht von einem Flimsy-Pieß von Fabian verstehen. Was willst du, Giff? Ich habe ein Wort von unserem Benevolent-Land-Owner. Taxe auf Silber ist hoch. Glück für dich. Viel competition in der Silber-Trade. Mehr preis sind hoch, hoch, hoch. Schmerzt, dass der Böse leidig ist. Aber die Zeit sind schwer. Du denkst, dass wir das tun? Du bist nicht... Ja, wir alle versuchen nur zu essen. Du bist so rebellisch, oder? In diesem Weltall gibt es diejenigen, die schweißen, und diejenigen, die schweißen. Du und... Du bist nichts, als die Limmons für mich. Du Job ist zu schweißen in die Limmons für mich. Du... 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 ... ... ... ... ... ... ... Oh, Mann. So, hi. Kopfhoch-Partition. Äh, je härter die Zeiten, desto wichtiger ist es zu lächeln. Wir müssen etwas unternehmen, sonst sind wir erledigt. Ha, ich wünschte, ich hätte Arbeit. Erstmal mit unserem Vater jetzt ein bisschen Medizin. Hey, Pops. I'm back. Tsk. 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 Partissio, ich will nicht wissen, was du unterteilt, aber hier ist eine Worte. Warum nicht einfach geht es? Mach was, was du möchtest. Du wirst niemals verlieren, wenn du nie versuchen kannst. Aber du wirst niemals gewinnen. Das wird es umgebracht. Ich werde zurück in zwei Schenken von Kate's, Whisker Pops. Danke für die Worte. Du wirst nicht mehr, wie ein Miner. Es ist alles vorbei für uns. Sie werden uns schrauben, bis wir wie die Dessert-Sand schrauben. Leute, hören Sie. Sie wollten einen Job? Und ich habe einen für Sie. Wir senden die Leechs zu packen. Das bedeutet? Ich habe sie zurück, seit sie uns von uns genommen haben. Wir haben alle in Silenz gesprungen. Jetzt habe ich endlich begonnen. Das Dastard-Land-Oner. Die einzige Sache, ihre Meinung zu werden, ist, wie zu werden, Sie sind so riecht und schützlos aus unseren Geheimen. Sie sind keine Worte über was passiert mit uns oder unserer Stadt. Deshalb müssen wir es zurücknehmen. Und unsere Leben mit ihnen. Ich bin mit dir, Boss. Das ist unsere Stadt. Wir kämpfen für sie. Wollen sie jetzt den Vertrag holen und zerstören? Zug ist anwesend begeben. Zeigen wir ihnen, wo die Spitzhacker hängt. Auf diesen Tag habe ich schon lange gewartet, Patizia. So lange du das Kommando übernimmst, halte ich dir den Rücken frei, Patizia. Gibt es etwas zu feiern? Vielleicht bald. So, wieder auf zur Mine. Aha. Deine Kiste. War immer ein bisschen Money. So, nochmal speichern. Voll überflüssig. So. Hier ist nichts. Da ist nichts. Aha. Du schon wieder. Ja. Ja. Aber klar, dass es nicht reichen wird. Ja. Das reicht. Perfekt. All in a day's work. So. Weiter geht's. Entschuldigung. Hilft mir gar nicht. was wir hier? Da ist doch wirklich es. Ach du Schöne 2. Ja. 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 Das reicht leider nicht, schade schade. Aber das ist ja perfekt. So, nochmal da draus. So, Hinterfähigkeiten, Rast. Oh, schon down. So, noch ein Kampfhund, dann haben wir ein Level Up. Again. So. Okay. So, das Anwesen. Giftsanwesen. Gewaltstufe 5. Toll, wir sind Level 4. Wir haben verloren. Da ist nichts. Schade. So, unnützer Angriff hat er gefahren. So, das ist ja immer schneller. So dumm. Ich will eigentlich nicht brechen. Ist egal, wie wir noch die Lanza an. Wieder die Lanza an. Meine Güte. So, weg mit dir. Oh, warte, da links ist eine Kiste. Komm ich da ran von hier aus? Nö. Ich muss da lang. Okay. Da oben wird er wahrscheinlich sein. Honkse Schild. Oh. Ausrüstung. Äh. Ja. Ersatz Neutschild wahrscheinlich. Mehr Leben. Mehr Verteidigung. Mehr Elementarverteidigung. Perfekt. So. Oh. Es sind zwei. So. Dann. Dich mal anlegen. Der Hund braucht zwei Angriffe. Ist irgendwie nicht so geil. Ich bin nur Claus aus. Ich bin nur washergeriert. Re so jetzt sind wir doch gleich auf hier sehr gut so jetzt bist du dran reicht sogar perfekt kleiner silberbrocken da können wir unsere leute schon mal bezahlen außer das ist natürlich nichts werfen habe ich hier unten noch was Ich will einfach rumstehen halt, ne? Oh, nein. Da war er. Kleine Kiste. So, gleich taktisch weben. Wer ist denn? Dann den Sauri. So, alles drauf da. So, dann machen wir wieder Rast. Wir sind gleich wieder als erstes dran, dann können wir ihn brechen für zwei Runden. Das kriegt mir viel mehr. So, dann haben wir alles drauf. Du bist wieder weg, oder? Perfekt. Ah, Level 6 sogar auch noch. Ich hätte die Eilung gar nicht gebraucht. So. Lederhelm. Nehmen wir. Ja. Nur Boosts. Ähm. Was möchte ich wieder sammeln? Sammle Geld von deinen Gegnern. Als Fähigkeit? Nein, ich weiß nicht. Füge einem Gegner Feierschaden zu. Die wäre einem Verbündeten ein BP. Ein? Zwar BP nochmal? Ach, verdammt. Ist das nicht ein Lebenspunkt? Hm. Seitschritt. Äh, weiche einen physischen Angriff. Garantiert aus. Hm. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Weil ich dafür 10 FP brauche. Und dann kann ich einen Angriff ausweichen. Wow. Rufe Söldner gegen Geld in den Kampf. Oh. Hm. Hm. Ich nehme mal das. Das klingt für mich noch irgendwie aktuell noch am wertvollsten. Kann man so sagen. So. Und hier wird er drin sein. Deswegen machen wir hier erstmal Schluss heute. Im nächsten Mal stellen wir uns dann den Kampf. Ich hoffe der wird nicht so wieder so ewig lange dauern. Aber. Gut. Kann man sich ändern. Immer das Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.